Ah, das wird straight gelaufen bei dem, ne? Mit so einem hohen Ping, was macht man da großartig? Außer halt, ich weiß auch nicht, nicht spielen vielleicht, du Depp? Äh, Mensch, ey Kinder, hallo, macht mir da gerade, ha? Ich bin's, der Gustl, ich bin heute wieder Detektiv in dem Spiel drin, ich muss gucken, ob der irgendwie betriegt. Und der hat gerade in die Wand geschossen, wahrscheinlich hat er was gegen die Wände, ich weiß auch nicht. Der steht da rum und macht gar nichts, aber der hat einen sauerhohen Ping, das ist Ping-Using, was der macht, aha. Gut, gut, der geht immer da in die Ecke und schmust, was, hä? Ich weiß, was da los ist, die Kumpels haben den einfach repotet, weil er so einen schlechten Ping hat. Das ist halt great fürs Spiel, ich hab auch schon mal ein Pokémon gespielt, hab gesagt, hey, Glumanda, was macht der? Große Glumanda, ja, 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 vollidiot. Das ist so einer, der das macht, wenn ich sag, dieser Floor ist in Ordnung, Chigi, in Ordnung, Glumanda, nee, was macht er? Du glaubst aber, was soll ich so zu sagen, der kann doch vielleicht gar nichts zu viel, wenn die Mutter vielleicht in so einem Campstudio arbeitet, oder so was, nicht? Was soll ich denn da machen, Huffing, soll ich denn jetzt in die Neidrücken, oder was? Soll ich jetzt bei dem vorbeifahren und sage, du, Herr Huff, das zu machen. Ich kann den maximalen Griff drücken, einen Griefer vielleicht, wenn er das mit Absicht macht, mit dem Gedanke halt, aber ich glaub nicht. Guck mal da, immer noch ein 200er, der kann sich direkt vergaben gehen, kann sich vergaben gehen. Soll ich ihm das drücken, dass er blöd ist? Guck mal, selbst seine Leiche weiß nicht, wo ich so soll. Ich will nicht gemeint sein zu dem, ich hab auch schon mal einen Hopping gehabt. Ich hab bei Tetris gespielt, der Gameplay war nicht richtig connected, das Lenkrad, und dann sind die Steine so gefallen, so. Und ich dachte, aah, eine super ausschlaggebende Geschichte jetzt. Was mach ich denn jetzt mit dem? Leute, ihr müsst mir helfen. Ich bin Detektiv Gustl, ich weiß, aber was soll ich denn jetzt, was soll ich jetzt machen mit dem? Ich drück immer einfach alles, ne Quatsch, lesen wir uns jetzt halt mal durch. Das ist Englisch, ah super, wie soll ich denn das lese? Das ist Evidence Revived. Ich mein, das war schon disruptiv. Und er hat halt mit Absicht zu spielen, ich weiß es auch nicht. Ich bin der Meinung, dass man nichts für sein Internet kann. Ich mein, klar, wenn es nicht geht, muss ich halt im Vornherein sagen, ey, Mutter, ich geh lieber auf die Gas, Mutter, okay? Anstatt ins Spiel zu gehen, geh ich halt auf die Gas, klar. Aber er hat es, vielleicht hat er es nicht gewusst, am Anfang war es vielleicht gut und dann fängt der Vater an, sich einer von den Pfeilen zu mitteln und dann ist es zu spät, was soll ich denn machen, in dem Fall? Hilf mir, bitte hilf mir. Komm, der kriegt nichts, aber schon nett. Ha, ich bin noch nicht auf der Höhe, wisch. Eins und eins, dann warte. Zwei, gut. Ich lasse ihn jetzt gehen, ich unterstelle dem netten Mann gute Absichten. Der hat sicherlich versucht, das zu reparieren, sein Internet, aber es hat nicht geklappt. Komm, nichts machen. Und jetzt schreibt dem Dumpa-Blatt, dass ich gut war, in dem Kanal da drin, gell? Weil der lässt mich immer so selten aus meinem Käfig raus. Also ich mein, mittlerweile hab ich schon Zimmer. Ich kacke auch fast nicht mehr an der Wand. Nur noch auf den Boden halt. Die Deck, naja, gut, die Deck, äh, darüber lässt sich schreiten. Aber so an sich bin ich ein super Kerl, sagt's ihm, gell, dass ich öfter was machen kann, da. Gebt am besten ganz viele Däumchen nach oben, dass der sieht, dass mein Kram besser ist, als das von dem da, dem, 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 dem. Ach, oder, die Hü, die Hü, habt noch einen schönen Tag, gell? Wir hören uns an den Max, ne? Ich arbeite nämlich seit morgen früh bei der Kunde-Hotline, da, im Hilfswerk, naja, dann schau mal aufrufen. Ich helfe dir aus deiner Schling raus, die um deinen Hals ist. Wenn du, falls du ein Problem beim Pokémon hast, ich kann dir da helfen, ne? Aber ohne Glumanda, ne? Versteht dich.